Peter Klein? Let's Dance Überraschung! Er lässt die Bombe platzen. Nimmt Peter Klein etwa an der neuen Let's Dance Staffel teil? Jetzt packt der Ex von Iris Klein aus. Peter Klein genießt seine neu gewonnene Freiheit in vollen Zügen. Seit seine Ehefrau Iris Klein sich von ihm getrennt hat, probiert er all die Dinge aus, für die er vorher nicht so viel Zeit hatte. Im Moment fokussiert er sich voll und ganz auf seine Karriere. Gerade erst stand er mit seiner angeblichen Affäre Yvonne Wölke für ein TV-Projekt vor der Kamera. Und wenn es nach ihm ginge, würde er sich direkt wieder vor die Kamera stellen. Für Let's Dance Peter will im TV tanzen. Mich würde eine Teilnahme bei Let's Dance reizen. Ich bin zwar kein brillanter Tänzer, aber lernen kann man ja bekanntlich alles, erzählt Peter im Gespräch mit Bild. Ob er wirklich bald über das Tanzparkett schweben wird, wird sich zeigen. Bis das Angebot reinflattert, konzentriert Peter sich aber erst einmal auf seine Gesangskarriere. Ich stehe in Österreich im Studio und werde jetzt singen. Ich habe heute gleich zwei Songs im Popschlagerstil aufgenommen. Ich brauchte knapp fünf Stunden, bis die Nummern im Kasten waren. Mein Produzent meinte, es war zeitlich gar nicht so schlecht, verrät er. Es bleibt also spannend. Deine